Herzlich Willkommen bei Chef in der Wurz. Schön hast du diese Woche wieder eingeschaltet. Heute, 26. Dezember, 15 Grad ausgezeichnet. Wir nutzen die Zeit natürlich für ein Video. Wer hätte das gedacht? Ja, wenn du das erstmal hier bist, hier unten, darfst du meinen Kanal abonnieren. Wenn du die Glocke mitaktivierst, verpasst du kein Video mehr, supportest mich durch das kostenlose. Und ich danke dir von ganzem Herzen. Heute eine richtig geile Nummer. Wir machen keinen Beefhammer, wir machen einen Porkhammer. Geile Sache, wundert euch nicht, der ist nur klein, der Smoker ist riesig. Und ich mache natürlich nebenbei noch eine andere Sache. Das seht ihr irgendwann mal. Schauen wir mal. Auf jeden Fall dranbleiben, wenn du nichts verpassen willst. Für unser Beefhammer, ich meine natürlich den Porkhammer, hier sieht man den. Ist natürlich nicht so das gleiche Stück wie beim Rind. Das ist viel größer, aber natürlich ist es das gleiche Stück. Ja, kommt vom Fuß. Wenn man das beim Metzger bestellen würde, wäre das Fleisch bis hier oben. Das wurde hier einfach abgelöst. Nicht von mir habe ich so bekommen, bestellt. Vielen Dank an meet4u.ch für meine Schweizer Zuschauer. Schaut mal unbedingt da vorbei. Ausgezeichnete Fleischwaren wirklich, wirklich gut. Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nur Bombe, ja. So, Werbung Ende. In dem Sinne haben wir einfach nur den Porkhammer. Dann haben wir hier von Barbecue aus Rheinhessen den Bacon-Goodness. Passt natürlich perfekt. Schweinefleisch-Bacon, ja. Natürlich halte ich mir das am Knochen oben fest und dann rubbe ich das einfach schön von allen Seiten natürlich ein. Drücke es auch ein bisschen an. Wir machen das heute im Smoker. Das ist nicht gerade unbedingt klassisch. Normalerweise würde ich jetzt sagen, würde man das eher als Dutch-Ofen-Gericht verwenden. Vor allem bei Schweinefleisch. Bei Rind sieht das natürlich wieder anders aus. Aber wieso nicht eigentlich, ja. Passt bestimmt gut. Das war es auch schon. Wir lassen das etwa 5 bis 10 Minuten ein bisschen anschwitzen, anziehen und geben es dann bei 120 Grad. Führen wir mal 2 Stunden in den Smoker. Danach schauen wir mal, was wir machen. Vielleicht dämpfen wir das. Vielleicht auch nicht. Muss ich wirklich noch gucken, ja. Für Tipps. Natürlich steht es euch offen, in die Kommentare zu ballern. Ballert da rein. Was würdet ihr anders machen? Würdet ihr das auch so machen? Dutch-Ofen oder Smoker. Oder man könnte auch natürlich hier oben ein Loch reinbohren. Das Ganze über die Glut hängen und so grillieren wäre natürlich auch eine Variante. Was bist du? Ja, ist unser Rub schön eingezogen. Wunderbar. Geben wir das gute Stück in den Smoker rein. Ich würde sagen, bei 120 Grad, wie gesagt, für 2 Stunden. Dann gucken wir mal nach, wie das Ganze aussieht. Und bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Wartezeit. Ja, Freunde, wir sind soweit. 2 Stunden war das Ganze im Rauf. Ist jetzt ein bisschen windig geworden. Ich habe das Wetter vorhin zu fest gelobt. Ich hoffe, man hört mich gut. Sieht hervorragend aus. Ich habe mir hier etwas Butcher-Paper bereitgelegt. Dann habe ich hier ein Stück Butter. Das sind an die, ich sage mal, 80 Gramm ungefähr. Dann machen wir das Ganze zu. Wie eine Tüte. Dass wir das hier oben so eindrehen können. Perfekt. Wir nehmen uns zuerst noch einen Schluck Barbecue-Soße da rein. Habe ich hier von der Mississippi Barbecue Company die Sweet Apple-Soße hervorragend. Ich habe auch mit Apfelholz geräuchert. Geben wir einfach einen Spritzer dazu. Jetzt schnappen wir uns eine Schnur und binden hier oben einfach. Natürlich mit viel Druck. Die Luft soll ja drin bleiben. Das ist natürlich das Ziel. Dann wird das Ganze verknotet. Da müsst ihr nicht irgendeinen weiß ich was Knoten machen. Einen doppelten Knoten sollte da einfach reichen. Wunderbar. Zurück auf den Smoker. In den Smoker. Für die nächsten zwei Stunden. Ja, es hat angefangen zu regnen. Es windet scheiße. Aber egal. Wir müssen jetzt durchziehen. Wir sind soweit. Zwei Stunden sind vergangen. Wir machen das hier auf. Ich habe das zur Sicherheit zweimal eingepackt. Weil wir wollen ja wirklich schauen, dass da alles drin bleibt. Dampf. Um es dann geht. Wunderbar. Wow, heiß. Sieht ganz, ganz schön aus. So habe ich mir das vorgestellt. Das hat sich auch schon wirklich schön vom Knochen gelöst. Wir geben das jetzt noch für eine Stunde wieder zurück in den Smoker. Ich glaube wir glazen es nicht. Aber wir machen hier eine schöne Kruste darüber. Heißt, wir müssen etwas höher mit der Temperatur. Ich gehe da auf 160 Grad. Wir werden anfangen. Und dann schauen wir mal. Ja, wir sind soweit. Eine wunderschöne Kruste darüber ausgezeichnet. Wir schauen mal, wie das geworden ist. Ich befürchte fast, dass das nicht so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, zwar doch. Aber das löst sich relativ schön vom Knochen. Wunderbar. Ich denke mal, kann man akzeptieren. Sehr gut. Weggewuchs wird sich bedanken. Wir schneiden hier mal rein. Wir gucken uns das an. Wunderschöner Rauchring. Sehr schön. Und dann heißt es einfach mal hier. Probieren wir das Stück. Guten Appetit. Sehr, sehr lecker. Saftig ist es jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Könnte wirklich saftiger sein. Vielleicht ist es auch noch jetzt das Stück, das ich probiert habe. Aber geschmacklich super. Kann man durchaus machen. Muss nicht immer alles im Datschofen gemacht werden. In dem Fall, ja. Cool. Ja, das war es mit dem Video. Wenn du hier unten das Video likest, würde mich das wirklich freuen. Wenn du hier den Kanal abonnierst, weißt du Bescheid. Danke dir vielmals. Hier oben siehst du die Drinks- und Cocktails-Playlist. Und auf der Seite lasse ich euch die Smoker-Playlist ab. Wir sehen uns nächste Woche bei Chef in the Woods.